Musik Live aus der neuen Stadthalle in Offenbach, Beat, Beat, Beat! Heute Abend mit The Fox, Carol Friday, The Easy Beats, Paul Jones und The Hollies. Verantwortlich für die Ein- und Überleitungen, ihre gastierende Gastgeber aus der ehemaligen Gangstersstadt Chicago, Charlie Hickman. Ja, herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank, schönen guten Abend, liebe Zuschauer zu Hause. Wir freuen uns sehr, Sie wieder mal bei der 31. Folge Beat hoch 3 begrüßen zu dürfen. Wie bereits angekündigt, wir haben eine Bombenbesetzung für Sie heute Abend vorbereitet. Und ich glaube, sagen Sie können, dass wir alle auf unsere Kosten kommen werden. Es sieht so aus, als ob es fast eine Ready, Steady, Go Sendung ist. Denn unsere ganze Besetzung kommt fast aus England mit einem Ausnahmefall. Und da darf ich Ihnen auch ziemlich viel versprechen. Bis dann. Bis dann. Bis dann weiter.